Mein Vater hatte Epilepsie, als er selbst in der Pubertät war und mein Bruder hat dann die letzten zwei, drei Jahre vor seinem Tod Epilepsie bekommen und ist im Endeffekt auch dann an Sudeb gestorben. Das erste Mal von Sudeb gehört habe ich erst nach dem Tod von meinem Bruder vor ungefähr acht Jahren, weil meine Mutter das dann quasi zufällig entdeckt hat, dass es das gibt. In Österreich war das den Ärzten nicht bekannt, dass das eine Todesursache sein könnte und sie hat zufällig Infomaterialien aus den USA bekommen und dann war für uns halt klar, also woran er gestorben ist. Bis dahin gab es da keine Erklärung dafür. Ich würde mir von der medizinischen Gemeinschaft, nenne ich das jetzt einfach mal, wünschen, dass die sich mehr vernetzen, weil man so das Gefühl hat, eigentlich geht das doch heutzutage normalerweise schnell und einfach, aber was den medizinischen Bereich angeht, habe ich ganz oft das Gefühl, meine Mutter war mit Google schneller als österreichische Ärzte und das kann irgendwo nicht wahr sein. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020